So, ein Moment. Irgendwie, ich hab, äh, mein 1-Nadekabel, äh, ist recht kramponiert. ...die TV-Show von Meerjungfraumann und Blaubaschbube parodiert eine Batman-Serie aus den 60er Jahren. Ihr unsichtbares Boot ist eine Parodie auf das Beatmobile und Wonderwomans unsichtbaren Jet. Hashtag unnötiges Wissen. Naja, unnötig finde ich das Wissen jetzt gerade nicht, aber ich muss hier irgendwie einstellen, dass ich das auch höre. Irgendwie funktioniert bei mir ja das Audio-Ding nicht so komisch. Naja, solange ich eine Anzeige habe, ist ja alles gut. Äh, ich finde das eigentlich sogar recht interessant, weil eigentlich alle denken direkt an Aquaman als Parodie, aber eigentlich ist es halt eher eine Batman-Parodie, nur mit diesem kleinen Aquaman-Twist. So, Chemiekrise. Das Spiel ist, äh, das Level ist kacke. So, wie viele Level sind das eigentlich? Ah, 12 mindestens. Doch schon, wenn du nicht redest, wenn die Stimme... Ja, ich, ich höre die Stimme nicht. Entschuldigung. Wieder einmal eine verrückte Nacht in Gotham. Ausbrecher aus Arten... Deswegen habe ich das gerade gesagt. Ich weiß nicht, wieso ich die nicht höre. So. Ich kann ja mal nachgucken, wieso. Ähm... Eigenschaften. Das ist die Stimme nicht. Oh nein, Sekunde, ich höre die Hörgeräte. Haha. Ja, irgendwie... Ist das vielleicht das hier? Moment. Ich probier mal kurz aus. Ne. Jetzt habt ihr es auch nicht gehört. Irgendwie will mein... Aber ich glaube, das müsste eigentlich eher ein Problem dann an der Hardware sein. Ähm... Aber ich weiß nicht, an welcher Stelle... Moment. 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 ist das vielleicht von PC Update. Kann sein. Ja, ja, ja. Deswegen. ich habe es gerade umgestellt. Okay. Ich würde sagen, ich höre gleich gar keinen Ton mehr, aber doch. Ja, ihr habt den Furzton jetzt gehört, ich aber nicht. Ja, die Sache ist, gerade hört ihr den Ton über... einfach über das... hier, wer ist das? PC-Gerät, aber eigentlich... Ja, ich habe das Problem gefunden. Deswegen habe ich mich gerade gewundert, weil ich kein Audio habe. Es liegt an meinen Kabeln. Ah. Okay. Alles klar, jetzt nochmal. Nee. Jetzt müssen wir Kabel durchschneiden, blau, grün oder rot. Das wird, glaube ich, nicht viel helfen. Nee. Vielleicht finde ich aber auch gerade nicht die richtige Audio-Stelle. Ich versuche es mal drum... Ich versuche mal ein bisschen rum. Immer noch nicht. Bildschirm. Vielleicht muss ich noch auf OK klicken. Auch nicht. Komisch. Na ja, dann lassen wir es erst mal und ja. Dann müssen wir das wohl so erst mal sein lassen. Ja, ich habe keine Ahnung. Warte mal. Ich probiere nochmal aus. Hört ihr jetzt einen Furz? Ja, ihr hört wenigstens was. Das ist doch schon mal etwas. So. Ich glaube, so sollte man das gar nicht machen, aber OK. Ja, das Fliegen ist ja einfach mega OP eigentlich. Hättet wohl gerne, dass wir wieder in die Steinzeit gehen. Ah, ich glaube, wir müssen ja diese Tränke da aktivieren, ne? Ich glaube, jetzt bringt das hier nichts. Ah. Ich glaube, ich glaube, wir müssen das hier nicht. Also, ich glaube, wir müssen das hier nicht. Ich glaube, wir müssen das hier nicht. Okay, noch eins. Dann haben wir wenigstens hier alles. Wie gesagt, die Tränke fehlen halt noch. Es wird ein lustiger Stream per Aufzeichen. Das hätte schon was. Das hätte definitiv was. Danke für die tolle Herausforderung. Hä? Lass du Batman machen oder wie? Ja. Ich muss dann mal rumgucken wegen diesen ganzen Tranksachen. Damit ich wenigstens das einmal aktivieren kann. So. Kostüm. Moment, bessere Idee. Was verkleidet sich als Bader und läuft durch die Gegend und sinkt seinen Streams? Ach, ne. Ja. Ne. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Also wenn, dann reise ich durch ganz Deutschland. Also, da gebe ich ja auch Deutschland-Tour. Ja, dann kommst du aber mit Neues. Ich brauche noch jemanden, der meinen Esel mit sich zieht. Oder der meinen Esel ist überhaupt. Der hat schon wieder ausziehen gesagt. Das ist widerlich. Und ja, ich will einen Esel haben. Und das nenne ich... Wie heißt das hier? Apollo. Apollo nenne ich das. Das bringt sich ja Batman die ganze Zeit um. Das ist auch immer sehr schön. Mhm. Ein Pferd ist viel zu umständlich. Das ist ein Esel besser. Braucht er hauptsächlich nur einen Esel, der meine Sachen trägt. Deswegen sag ich doch. Ein Pferd macht zu viele Probleme. Ich bin jetzt kein Experte drin oder so, ne. Aber... Kein Depressier... Ich glaube, du hast die Anspielung verstanden. Und da kannst du dich für glücklich schätzen. So. Okay. Ich habe irgendwie gar nicht gesehen, dass das was abgelaufen ist. Äh... Ich... Ich werde... Okay. Cutscene. Weiter. Ich muss die ganze Superman Mission noch kommen. Ah, noch keine Superman, oder? Ist schon eine Superman-Mission? Ich weiß es gerade gar nicht. So, brauchen wir Aquaman. Und das Datum, damit ich mir die Tag reinnehmen kann. Ich komme und gehe, wie ich es will und nicht nach Daten. Aber ohne Scheiß, irgendwann will ich mal wirklich so eine Wandertour machen, dass ich irgendwo hinwander und ich bin halt echt am überlegen, ob ich nach Amsterdam hinlaufe. Einfach hinlaufen. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage hat das gedauert? Ich glaube, drei, wenn man das hochrechnet. Und einfach nur nach Kompass. Das ist das Allergeilste. Einfach nur nach Kompass und wie hier so, so, äh, ähm, wie heißt das hier? Und schildern. Tag von Sosys Kometen. Ja, aber dann gibt es danach ja nichts mehr. Das ist doch auch dann wieder traurig. Ah, deswegen. Ich habe mich schon gefragt, hä, wieso kommt denn da jetzt eine Kiste raus? Äh, ich kriege gerade Hunger auf Toast. Mit Butter und, weiß ich nicht, oder hier Margarine und Käse oder sowas. Irgendwas, aber irgendwas Leckeres. Ist das, sind das grüne Teile? So ein bisschen aus, ne? Ja. Also, hätte ja auch sein können, dass die nur so grün sind. Das könnte ich immer alles einen Sinn haben. So. Moment, hier habe ich doch schon alles gemacht. Wie war das doch mit dem Kack-Bildschirm-Fernseher-Dings. So. Hm. Ähm. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Dinger auch noch brauche oder so. Keine Ahnung. Okay. Ah. Ging aber nicht richtig kaputt. Man hat mir gesagt, sucht ihr immer die besten Fralinien im Leben aus. Ich habe keine Ahnung, wie ich das ausgedrückt habe. Ich habe den Film seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich habe letztens doch gesagt, ich möchte mir mal nacheinander alle Filme mit, ähm, wer ist der hier? Ja. Da ist der gute Knabe hier. Tom Hanks, noch kaufen. Weil die fehlen definitiv nur in meiner Sammlung. So, jetzt aber. So, aber ein störrischer. So. Ha. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall jetzt den Robin-Anzug, wo auch immer der sich versteckt. Ach. Au. Toll. Ist der jetzt komplett zum Anfang gelaufen? Oder ist der gar nicht erst losgegangen? Das könnte natürlich auch sein. Ähm. Ach, da ist der Anzug. Ja, toll. Toll. Das ist ein bisschen weit weg ist. Achso, ich dachte, du hättest den Satz extra so gesagt. Ich habe den aber auch ewig nicht geguckt. Das erste Mal, was ich hier geguckt habe, war damals bei uns im Englisch-Unterricht und ich weiß bis heute nicht wieso. Außer, dass der halt auf Englisch war. Oh, da sind sie. Äh. Ich glaube, wir hatten hier doch schon Superman, weil hier so ein paar Sachen sind, die von ihm sind. Ah, ja, und da sind ja auch die zu. Ja, toll. Im freien Internet. Okay. Wie auch immer. So. Ich krieg schon wieder Hunger auf Toast. Ich will jetzt Toast essen. Neues machen wir in Toast. Los. Hurtig. Hurtig. so Dann wollen wir nochmal schauen, was wir hier jetzt noch Schönes erreichen können. So, also als erstes. Oh, nein. Schalten wir das aus. Irgendwas mit einer Brücke. Ach, das letzte Geschenk. Ah, das ist die Sache, die wir hier brauchen. Ah. Na toll. Ich wollte eigentlich was anderes machen, aber egal. So. Mal sehen, ob ich hier noch mehr Kacke habe, die hier weg muss. Aber ich glaube eigentlich nicht. Liegt da so viel Geld? Hm. Ah. So. So, das müsste jetzt hier der letzte Part sein. Hoffentlich. Okay. Okay, ich spreche mir erst mal ab. Okay. 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 weg mit euch ihr lümmel du auch so ich habe gar nicht gesehen wo komme ich denn da rein die hat auch einen interhaken oder wie was ist das jetzt für eine tür nee keine ahnung was ich gerade mache es ist dafür jetzt geht bitte mein freund zählt das eigentlich auch als minikit ich habe keine ahnung könnte sein ja toll bin ja eingesperrt kann ich mich irgendwie rausglitschen irgendwie nicht jetzt hat er deine flammen gesucht vielleicht kommt er da auch selber raus so bestimmt auch irgendwie ein ausweg ok jetzt muss ich ausschalten ja oh wie was was ist das für ein ding warte mal aber das ist doch ok das hat mir jetzt nicht weiter gebracht brauche irgendwas wie ich den strom mehr abschalten kann ach ich weiß wie noch doof so alles klar alles klar neues für Spaß aber da drin ist doch die ganze scheiße da ist der anzug und da ist der unsichtbarkeits anzug aber das nee warte mal das ist der schallanzug ha ach guck mal ich habe mich wieder befreit alles klar ich habe keine ahnung wie ich jetzt hier weiterkomme ich habe jetzt keinen bock das ganze level regulär zu spielen es wird einfach viel zu lange dauern aber ich glaube es dauert länger hier jetzt alles auszuprobieren bis ich es schaffe ja das ist wirklich so dinger die ich einfach explodieren lassen kann oder auch nicht nee irgendwie nicht kann aquaman überhaupt die auch verschiedene farben annehmen nein irgendwie auch nicht ach ja und noch nicht mal irgendwie irgendwas kompliziertes oder so hier so ach guck mal man ist hier komisch der kann nur Wasser schießen mehr kann der gar nicht der ist voll unfähig naja wenigstens kann der mehr als manche andere muss man auch sagen ja ja aufregend 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 hier so jetzt kann man den anzug hier wechseln so jemanden der Eis machen kann dann nehmen wir den Mr. Fräser jetzt kann der Bett jetzt kann der Bett mehr da drauf springen und jetzt müsste er die Dinger kaputt machen können oder auch nicht ich verstehe das jetzt was will das Spiel jetzt von mir nein du nein ich verstehe halt auch überhaupt nicht warum ich nicht mit oder braucht man dafür den Batman Elektronik Anzug dann hat man den hier überhaupt irgendwo ja da unten und ich habe hier natürlich alles so gemacht dass man nicht so einfach weiterkommt auch geil so nehmen wir nochmal einen Batman Elektronik Anzug ist heute echt abenteuerlich hier hä was ist da mit den Zuschauern los warum sind wir jetzt nur noch zwei funktioniert das Team noch ja liegt vor deinem Spiel ja der kann natürlich durchlaufen klar machen die das immer so extra kompliziert und dann komme ich jetzt da aus dem Loch raus das ist okay lasse ich einfach mal so stehen so wie viele brauchen wir noch einen dann ist das nur noch Feuer löschen ja mal hier kann man eigentlich auch Superman nehmen aber wir müssen ja nur noch dahin fliegen immer ich hoffe nur nicht dass da eine Musik startet da haben wir den Rest super 10 von 10 und alles fertig ruckelt die Cam wieder irgendwie schon ne bin ich asynchron ich deaktiviere und aktiviere die Nummer ich sollte jetzt besser laufen ein bisschen besser laufen das wollte ich sagen ne was habe ich gesagt bis la laufen bis la von Whittler ne ne vom Joker Joker Helicopter Joker Copter schön Jokers Hubschrauber Hub Klop 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 Klop